So, meine Damen und Herren, einige Ankündigungen zu machen und zwar wegen dem Geburtstag-Stream am 8. März. Dann, ich bin bald mit dem Ding durch, der 9er ist bald da, der Objekt 705 und danach Objekt 705a. Dann, ja, einige Zuschauer hatten ja letztes Jahr mir schon zum Geburtstag was geschenkt und fragen halt so, was ich mir denn wünsche. Wobei ich dazu sagen muss, ne, achtet darauf, ne, so, wenn ihr ein bisschen jünger seid oder so, dass ihr jetzt nicht euer letztes Taschengeld jetzt da ausgibt, um dem Akku ein Geschenk zu kaufen. Also, es gibt zweierlei Dinge, die ihr mir Gutes tun könnt. Also, für die, die reich sind oder gutes Geld auf Konto haben, ja, und die wollen unbedingt dem Akku was schenken, wo ich natürlich sehr, sehr dankbar für bin. Also, ich wünsche mir einen Mauerbrecher, den 8er Premium, dann Defender und IS-6. Die drei Panzer, da, also wenn irgendeins davon klar geht, da wäre ich super dankbar. Ansonsten, wer nicht so viel Geld übrig hat, will mir trotzdem was Gutes tun zum Geburtstag, der kann ja meine Videos liken, ja, bitte so viele Likes wie möglich und auch teilen und abonnieren. Das wäre sehr nett und dann würde ich sagen, spiele ich jetzt mal zwei Runden für euch heute mit meinem E100, den ich schon länger nicht ausgepackt habe, zumindestens für YouTube. Ja. Ne, bitte fahr nicht an die Front, Kollege. Hier, guckt, geht mal alle da lang. Ich kriege das hier schon gedeft. So, wir machen jetzt die Taktik, guck, unser Team hört anscheinend. Mal gucken, wie die das jetzt am Ende anstellen. Ob die das gebacken kriegen oder nicht. E-75 fahren nicht an die Front, bitte. Nicht, komm mal hier hin. Kollege, hallo. Guck mal, wir haben das ganze Team da rüber geschickt. Komm mal zu mir, Alter. Geht doch, hier, da, Centurion abfangen. Oh je, Mini. Oh, mal gucken, ob die Taktik nochmal aufgeht. Super Kong ist auf jeden Fall auf der Heavy Line, also kann da schon mal nichts schief gehen. Der Gegner ist ja Super Kong. Mann, hallo, ihr dürft euch auch mal bewegen. Hallo, hier, guckt da. Boah, wie langsam der Schuss am Fliegen war, ey. Warum bewegt sich die Artie eigentlich nicht nach hinten? Was macht die hier hinter mir? Warum steht sie denn hinter mir und geht gleich auf? Warum? 1130 in your ass. Oh, wie geht's? Also der Akku spottet gerade übrigens, weil unsere Scouts schon wieder tot sind. Na fahren wir doch mal schon an die Front, wer weiß ob die das da gebacken kriegen da drüben. Mann, warum bewegen die sich da drüben, nicht meine Fresse, ey. 50 Panzer haben wir nach links geschickt, um sie da campen zu lassen oder was. Wir haben exakt 12 Panzer nach links geschickt, damit sie da versagen. Alles klar, der E100 ist mittlerweile ein Butterpanzer oder was, ey. Die schießen mir überall mit Gold durch, Alter. Keinerlei Abpraller, möglich. Junge, da ist ein Bulldog, können wir ein Bulldog killen wenigstens, geht das? Da, das sind Low Tears, man, bewegt euch, man. STI, du Lappen, Alter. STI, du Lappen. Guck mal da, der Bulldog, ne? Was macht denn unser Jagdpanzer da hinten eigentlich? Halt? Was. Unser Jagdpanzer, Junge, ey, der chillt da hinten einfach gemütlich Alter, der hat bestimmt null Damage bis jetzt Also ich garantiere dir, der Typ hat null Damage bis jetzt, kann ich mit dir wetten Wir zählen ab jetzt, ja Ich gebe dir eine fucking Garantie, dass der Typ einfach noch null Damage hat Achso, kann ja gar nicht sein, der hat einen Kill Ja, wahrscheinlich hat er den Bulldog gekillt, geiler Typ Zwölf Panzer, ja, lauter OP 9er STI, Jagdpanzer, E100, E50M, keine Ahnung, äh, alles hübsche Wir waren zu zweit, wir waren zu zweit hier rechts Exakt zu zweit Ein E75, ein E100 und die haben es nicht hingekriegt Links mit zwölf Panzern durchzupuschen Haben die nicht hingekriegt Haben die einfach nicht hingekriegt Und das geht heute schon den ganzen Tag so, ne? Loll 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 Ach Gott, ist das herrlich, ey Ach Gott, ist das herrlich Ach Gott, ist das herrlich Ja, Jagdpanzer, ne? Fuller AP Wie viel Damage hast du? Ja, maximal können es 500 sein, wenn überhaupt Hat er halt da den Bulldog rausgeschossen, das war's Ich meine, wir sehen ja dann nach dem Gefecht, was los ist, ne? Zwölf Panzer, ne? Haben es links nicht gebacken gekriegt Durchzufahren Und ich wurde mit Gold rechts, äh, Dauer penetriert Ach Gott, ist das herrlich, ey Oh, geiler Typ Ja, worauf wartest du denn? 98 58 Oh, ich bin mal gespannt, was der an Damage gemacht hat Ah, auf die Auswertung bin ich gespannt, Hammer Auf die Auswertung bin ich gespannt Ich hab allein schon 2000 Spot Damage Nochmal 3000 rausgehauen Combined 5000 Damage Drei rausgehauen, zwei gespottet oder assisted Alles klar So, jetzt gucken wir mal Das hab ich heute den ganzen Tag, ne? Ich weiß nicht, was hier los ist So, ja, war ganz klar, ganz oben Okay, ich bin E100, toppt hier kein Problem 2500 geblockt Alles klar Ein Oho mit 0 LTTW mit 100 Sechsmal geschossen Scout, äh, ja Ja, was soll ich sagen Unser Löwe 300 Und deren Löwe, wo ist der? Ah, 2500 Da fängt's schon an So Ähm, ähm, ähm Ah, Jagdpanzer E100 1400 Damage Viermal geschossen Okay Guck mal, die Stats von dem Kollegen Ja, herrlich Gut, der ist Anfänger Auf den kann man nicht böse sein Was ist denn mit dem STI? Warum war der da die ganze Zeit am Gammeln? Ah, alles klar So Leute krieg ich zugeteilt, ne? Da seht ihr mal Lauter 6-7000 Gefechte Ich mein, nix gegen Anfänger Aber warum muss ich die alle im Team haben? Wo ist denn jetzt bitte? Warum, warum so? Warum? Womit hab ich das verdient? Und als Vergleich, ne? Damit hier keiner rumheult Deren, äh, top tier Super Conqueror Hat grad mal 2-3 Damage Nix gespottet Und nix abgewehrt, ja? Also an mir hat's nicht gelegen Ich hab deutlich mehr Schaden Und mehr abgeblockt Und mehr gespottet Als deren Super Conqueror Dementsprechend suche ich die Schuld auch Bei unserem Team Und wie ihr seht Das sind lauter 9er und 8er OP-Panzer Löwe ist OP, Mann Frontpanzerung, geil Kanone, geil Ihr seht's ja Der Löwe von denen Hat gut was rausgehauen Unser STI, naja Egal Lange Rede, kurzer Sinn Das geht schon den ganzen Tag so Das geht schon den ganzen Tag so, Kollege, ey Was ist denn hier los, Mann? Komm, ich will irgendwas wegrammen Ich nehm mal E50 Ja, äh, egal Hauptsache Dieses Video Es geht um Geburtstag Stream Am 8. März Und da wollen wir doch mal Ein bisschen gute Laune verbreiten Und nicht hier Rumflennen, wa? Jo Da nimmst du ein Medium Kommst auf ner Stadt-Map raus Da nimmst du ein E100 Kommst auf ner offenen Map raus, ne? Hä? Soviel mal zu WOTs Matchmaker Super Construction by Wargaming Das ist immer so, ne? Scout Medium auf Stadt-Maps E100 und langsame TDs auf offenen Maps mit Gegner-Artis und so Ach ja Super Matchmaking Äh, ich will nicht angeschoben werden, Kollege Ich hab selber nen Motor Ja, bitte Steh vor meiner Kanone, ja? Bitte Bitte Tu mir den Gefallen Bleibt das ganze Spiel vor meiner Kanone stehen Sei bitte ein richtiger Bot Ein Jagdpanzer E100 Der ist da drüben E100 Da drüben Ja, wollen wir da mal Ja, wollen wir da mal Ja, wollen wir da mal Und schon wieder ein eigener panzer ich liebe das alter wenn du schießen willst und irgendeiner Eiert hier vor der kanone rum Hier den jagdpanzer raus nehmen Ja wir bräuchten mal basedef ne Kollegen So Kollege stb ne Ich habe doch gesagt ich will Leute weg rammen was ist denn los so Ihr banausen da draußen Ach dann mehr als geburtstag geburt geburt Geburtstag stream Und Akko dem besten aller aller krassesten world of tanks spieler aller zeiten nicht vergessen ne Ja Der stb der kollege captain useless Der heißt eiskalt captain useless Der gehört direkt in mein clan Ey bewirbt euch mal ne ich brauche mal hier vernünftige spieler in meinem clan warte mal Best name ever You will be on youtube Channel name Akko Power Lets play Hau rein, Kollege, ey So, immer hier die Leute mit Top Damage Direkt mal ein Clan einladen Was ist denn los hier, Junge? So Ich würde sagen Ihr wisst Bescheid, 8. März Wir sehen uns Abonniert, checkt die Links in der Videobeschreibung Ab, dort findet ihr meinen Kraftsportkanal Twitch, Facebook, Instagram Haut rein, ihr Banausen Ciao